ich bin jetzt relativ sicher ok was haben wir denn da bekommen so alles kleines banner von luderich außerhalb des haupthofs hochhalten um geleit zu erhalten was haben wir denn da breitschwert ist das besser eigentlich gerade schwert normal schuss ja ein bisschen um einen punkt was ist das für ein effekt attributsbonus was ist das c ja der ist ein bisschen besser soll ich den nehmen breitschwert nö da kann keine stich an es gibt viele gegner die gegen stichangriffe als schwach sind halt gegen rapier was kann werden was gab hier da ist irgendwie schwach die luzerne was kann die moment ich röste mal so just for fun den rapier aus die armen brust ist ja auch noch neu hey wieso sind die armen brust besser als der bogen ich meine warum ist der bogen besser als die armen brust die armen brust die armen brust der rapier mal gucken was ist der erste die armen brust ein garte das kann ja nur stechen im karte mal habe ich das richtig gesehen Was? Ich kann blocken und stechen. Das ist perfekt! Ähm, ne. Eigentlich schon, das ist nicht durchbar. Dann willst du jetzt erstmal deine Astero-Spie- halt Istoflaschen wieder auffüllen und vielleicht Level-Ups machen und dann treffen wir uns an dem zweiten Blockfeier da oben oder bei dem Turm da hinten oben, was auch immer. Okay. Könnten wir machen? Das möchte ich erstmal zu deinem ähm, zu dem anderen Blockfeier begleiten. Moment, ich schau mir mal das Trankschwert an. Wie das aussieht. Sagst du Boss? Was? Sagst du Boss? Nein, das ist jetzt nicht so toll. You what? Ähm. Was, 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 was war das gerade? Hab ich eigentlich neue Rüstung oder so? Nein. Nein. Ich drehe nicht. Nein. Ich bin... Was macht eigentlich nicht die Grüne Büt? Beschleunigt, worüber gehen Austauscheregeneration. Oh. Untoten Jäger Amulett blockiert bedingt S-Plus Regeneration. Hä? Okay. Okay. Naja, okay. Naja, okay. Ich begleite dich, dass wir sich umbauen. Okay. Ich denke, was wir erreichen wollen, dann soll ich dich zum ersten oder zum zweiten Blick. Beide Wege sind ja sicher. Naja, ich wollte hier... Ähm. Alles jetzt ist was ruhiger anschauen. Ich meine, haben wir überall sonst so die... Leucht... also die Leuchtkugeln aufgesammelt? Da oben ist noch eine Leuchtkugel. Und wo oben? Da oben, über dem Tor. Auf da... Dachgeschoss. Also... Vom... Zweiten Fenster über dem Tor. Ja, dann... Lass uns... Lass mich raten, das ist die... Ähm... Hellebarde der... des Schwarzen Ritters. Übrigens mit... Lassenergriff... Und mit... Möchtest du das wirklich zeigen, während ich hier auf der Leiter bin? Ja. Kann der... Nicht die Leiter hoch? Aber nicht. Wow. Aaaahhhhhh... Aaaahhhhhh... Ja, da... Das ist die... Schwarze Feuerbombe? Ja, die ist stärker als die normale Feuerbombe. Ohhhh... Okay... Ähm... Da ist der Drache. Der Drache ist ein echt toller Orientierungspunkt. Wo bist du... Ach, da... Ah... Stimmt, da ist ja vielleicht auch noch was. Ein Moment davon, da sind sie doch gekommen. So... So... Haben wir hier noch was oder so? Da ist ein Geist. Da ist ein Toter Drache. Ach... Lass uns doch mal hier den Turm runtergehen. Ach ja... Da ging es ja noch weiter. Okay... Ähm... Ähm... Elfen wir halt... Ich wollte so was sagen, aber okay. Kommen wir jetzt in den Keller des Turms. Warte... Typ geht da. Ja... Hier... Ja... Was... Oh... Hä hä hä... Äh... 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 Unterbrechung. Ja. Äh... 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 Ja! Ja, das war halt ein unerwarteter Anruf. Okay, ähm, was wolltest du sagen? Ja, lass uns weitergehen, aber pass auf, da ist... Aber ich schmeiß mir eine Feuerwehr nach vorne. Oh, ich hab einen Typen getroffen. Ja? Das war nicht mit aktiv, ich wollte die Bombenfässer machen. Das sind Bombenfässer? Ja. Weißt du, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich glaube ich drauf geschlagen. Ich glaube hier war ein Rufmesser. Kann sein. Mensch. Ja, acht Stück. Warum kann ich nicht hier diesen Schild und dieses Schwert nehmen? Ey, nicht so schnell, die haben... finster Geil. Oh Gott. Ähm... NPC oder Spieler? Oder. Aber die Nachricht kam wieder nicht, ne? Ich hab... ich... 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 steht unter dem Beschutz des Eids. Ähm... Polizisten! So nah doch! Aber wieso ist er plötzlich aufgetaucht? Der war... ist der halt schon mal gesagt. Boah. Lull, was? Der hat eine automatische Armbrust? Ja. Er sagt das doch! Ich wusste gar nicht, dass die Waffen hier so modern sind. Aber da unten ist... Wo bleiben... wo bleiben... wo bleiben die Druidika? Ich muss ein Wurstmesser ausrüsten. Aber okay. Mit seinem Stromschild kann er mir scheinbar schaden. Das ist schon ein professioneller Spiel. Weil er es mag schon, wenn es braucht, er hat... Er hat eine... Aber soweit bin ich ja noch nicht mal. Ja, er hat eine... fast schon Endgame-Bosse. Was? Ja. Ja. Und das ist... meines Levels entsprechend? Ja, die Waffe hat nicht gelevelt. Ne? Meine... Bakons sind jetzt auch leer, ne? Sag mal. Wieso macht ihr mir Schaden? Was ist denn das für eine Hitbox? Wieso? Das ist die Waffe. Die... Die Waffe darf also Hitbox... so... Ne? Dingsen? Außerdem... Wo bleiben die Geister? Die... Brauchen scheinbar. War das ein Geist? Dieses... Andere Sonnenbar. Dankeschön. Ja, 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 ja! Ich hab geblockt! Ich hab pariert! Ich hab pariert! Entschuldigung! Ja! Ja! Ja, ich komm hier runter. Die Aufnahme! Was für eine Flasche bekommen? Zwei! Okay, ich komm hier runter. Kettenflascher! Oh, ich hab ein Schwert... Hier lag ein Schwert bei dem Typen. Komm hier runter. Ja, darauf trinke ich noch was. Ja, das mit dem Ei, das hat ja super funktioniert. So, liegt's hier was? Nein! Ich komm hier ran und spreche mit einem der besten Freunde, die du hier warst, im Spiel haben. Haben wirst? Ja. Ich hoffe gar nicht, dass es hier Freunde geben kann. Okay. Na, hallo! Ah, ja! Nicht! Hä? Scarecrow, bist du das? Nein! Nein! Also, ich rede jetzt. Nun, ich hab einen Kettenbrecher. W-äh? Bitte? Äh... Was war das? Bitte? Wenn das wahr ist, dann habe ich ein Geist, was zu fragen. Sieht meine Glocken, weil ich eine andere Hose trage? Nein, das Haus von keinem Herrn. Ein... 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 Im... Ein... Ein... Aber... eins... Ein... Oki... Soll ich annehmen? Na? Ich kriege noch so einen Ring. Mhm. Ich kann deinen Auss vào nichts mitnehmen? das habe ich nun schon krieg bekommt den eine dringung ist das da in den blauen drinnen der musste ich unbedingt mit durch die muss sich unbedingt die tür aufmachen und hier reinkommen hätte er das nicht ohne mich machen können echt jetzt ich muss okay moment wird nur der ring der ring wo ist der eine ring